Und da bin ich wieder. Ich habe im letzten Part 4 erzählt, was ich vor habe. Und ja, wir sind hier. Bevor ich weiter mache, werde ich speichern. Ja, da bin ich zuletzt. Jetzt ist es so spät. Genau. Gut. Habt vergessen, das letzte Mal zu speichern. Und ja. So, gehen wir hier mal hoch. Oh, Mann. Ah, ja. Anscheinend bin ich da durchgehen. Na, super. Auf Zeit oder was. Ich weiß es so was. Ich hoffe doch, wir müssen hier durch. Ich hoffe doch, wir müssen hier durch. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ah, doch nicht. So, gehen wir durch diese Vagina. Ja. Okay, jetzt sieht man es erst recht ganz genau. Alter. Ich weiß, ihr denkt jetzt sicher. Ich habe noch nie eine Vagina gesehen, deswegen muss ich mir sie jetzt angucken. Aber, what the fuck. Ich entwickle irgendwie so was aus. Ach, ey. Ich brauche mehr zu trinken. Definitiv. Ich finde, Zitroneißtie schmeckt am besten. Und dann kommt das mit der Erdbeer... Erdbeer... Ach, egal. Hier ein Sonnensymbol. Oh. Wohl. Entversteckte. Auch gut. Ist mal was anderes. Und ja, ich genieße diese Ruhe. Wo keine Monster da sind. Okay. Hier rüber. Munition. Munition. Okay. Ah. Jetzt. Jetzt verstehe ich. Da können wir weiter gehen. Da kommen sicher gleich wieder Monster. Ja. Und. Gut. Elf habe ich auch angefangen. Gut. Gut. Elf habe ich auch angefangen. Gut. 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 rot. Du. 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 Machen. Gleich kommen Monster auf. Na, was geht? Guck mir her. Not, stirb, tanz. 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 Tanz, Tanz. 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 Man, ein Los kommt der nächste. Oh. 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 Also von jedem Exemplar mal zwei und hoffentlich gucken gleich in die Vieh am Ops. Und hobs. Und hobs. Hopsti, hopst. Und hobs. Hier ist schon wieder Sonnenvieh. Schade. Also. Scharfschütze? Oh. Ja. Schade. Na. Ne, ne, ne. Ich hab mir eigentlich Prey anders vorgestellt. Ich weiß nicht mit Mächten. Oh. Halb Mächte. Womit wir Gegner halt schneller töten können als Waffen. Also dass wir keine Waffen kriegen, sondern auch andere Mächte. Na ja. Geistermodus ist schon cool, aber... Ich hab mir ein bisschen was anderes vorgestellt. So. So. Ja, der Interessant. Let's hear weiter. Hm. Der Komplex. Okay. Okay. Hm. 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 Wie komplex. Ich hab eigentlich gedacht. Wo wir schon haben, dass... Nur noch... 3 Parts oder so sind. Aber er geht doch länger als... Hm. Mal schauen. Achtung. Gravitationslift offline. Ja. Diese Fluhhündchen wollen immer nur spielen. 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 Ja. Ja. Und dass wir dann High-Fire-V-Automat. Wo? Ja man gros sind. Ja man schonet. Das. Ja. Oh Snowe. Ja. Na ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Lärft nicht. Wieso können wir aufhören zu nerven? So. Gehen wir mal hier wieder. So. Ich hab ihm gedacht, dass wir uns neidern. Doch nicht. So, und hier gibt's nix. Da müssen wir hoch. Ach, das ist ne Leiter, oder? Leiter? Hm. Wie kommen wir jetzt da hoch? Wie kommen wir jetzt da hoch? Oder sind wir umsonst hierher? Hm. Komisch, komisch. Ja, von hinten kommen wir schuldig. Hm. Gut. High Five Automat ist fertig. Hm. Achso. Da hat ich klein einiges. Hm. Boah. Gut. Schnup haben wir. Gut. Strupp haben wir. Gut, Heilung, perfekt. Open up the phone lines for your calls. If you have something on your mind, or if you've seen something strange that you want to share, give us a call. With that, let's open the lines. Caller, you're on the air with Art Bell. Hey, Art. Who's this? Oh, it's Taina from Finland. Finland? Ah, what a beautiful part of the world to be sure. Welcome, Taina. What's on your mind? Well, I'm a bit of a psychic, and I have this dream. Okay, Taina, have you had any dreams lately? Oh, shit. Ähm, ich höre mir lieber ihre Gespräche an. Die sind viel interessanter. Ach, du Scheiße. Vielleicht soll ich es mal angreifen oder so? Anyway, and it's so real. Hello? There was a particular caller you had on Earth, that got me thinking about it. Which one? The one who called himself, you mean that prank call? Yes, but I don't think he was a prank, because in my dream I saw this creeper. How did you know he was the keeper from the call? Because he called himself the keeper and he had the same voice. So, what does the keeper look like? Super. Now, he's not a man, he's not a man, so I don't know what he is. Well, I think he was an alien. I saw him very clearly. What did you look like here on Earth? Hello? I need to make sure we are out there. I have to move on. I have to activate it somehow, or how? Wo ist das Problem? Ich hab auch ne Idee, oder? Hm. Da muss ich irgendwie hoch. So wie? Ich hab ne Idee. Ist ja so ein Teil. Vielleicht von der anderen Seite. Hier sind wieder die Sau. Hm. So. Das war's dann mal mit diesem Park. Ich hab 15 Minuten aufgenommen. Und ja. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bei Prey. Ich hoffe ihr habt viel Spaß. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.